der Gerechtigkeitslacher und etwa ja dafür dauert ich dein Mauer länger du musst nicht bocken auf Vögel jagen aber ich muss einmal mein Inventar voll machen du hast schon 30 Vögel getötet Prozent das wäre aber dass er wieder in der Schräger für die unangespitzen Bogen zu dampfen Prozent die Sitzung des Meisters dort ist es das war eine Antwort bei der mal weiß wie es geht ich weiß wie das geht ich weiß auch wie das geht, ich benutze seit zwei Jahren das Team Na gut, dann speichern und dann machen wir den Lobby schnell, aber dann hat's hoki zuki aber dann aber du ja ja, ich lass mal was ist das für eine Mucke, Alter? mach die Mucke weg wegwabbeld, bitte, danke, weg damit weg damit weg damit ach so, ich dachte, das kommt von deinen Boxen aus ach so, das Radio kannst du anlassen, lass mir schnuppern ich dachte, das kommt von deinem Headset na gut, dann tu ich es wieder hin aber wir wollen jetzt sowieso in die Lobby hast du gespeichert? so ich speicher gerade einen Moment warte, warte, warte bevor ich speichere so, jetzt hat's jetzt hat er gespeichert gut, dann schnell, schnell und dann go und dann noch mal warte 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 warte